Zufällig fiel mein erster Arbeitstag auf den ersten Tag des Hayden-Streiks. Und ich gebe ehrlich zu, dass es ein ungünstiges Timing war. Ein Feed, wie ich in das FBI-Gebäude gehe, wurde recht häufig auf den Hayden-Nachrichtenseiten und Foren wiederholt. So etwas konnte ich an meinem ersten Tag wirklich nicht gebrochen. Zwei Umstände hielten die Agora davon ab, sich wütend auf mich zu stürzen. Der erste war, dass anfangs nicht jeder Hayden beim Streik mitmachte. Am ersten Tag war die Teilnahme bestenfalls sporadisch. Die Agora war in zwei Lager gespalten, die sich lautstark bekämpften. Auf der einen Seite die Unterstützer des Streiks und auf der anderen die Haydens, die das Ganze für ein sinnloses Manöver hielten, da das Abrams-Kettering-Gesetz bereits verabschiedet war. Der zweite Punkt hatte damit zu tun, dass das FBI streng genommen eine Strafverfolgungsbehörde ist, was es zu einer unerlässlichen Institution macht. Also war die Anzahl der Haydens, die mich als Streikbrecher bezeichneten, wahrscheinlich nur sehr klein. Abgesehen vom Aufschrei in der Agora verbrachte ich meinen ersten Tag hauptsächlich in der Personalabteilung mit dem Ausfüllen von Papierkram und einem todlangweiligen Vortrag über meine Zusatzleistungen und Pensionsansprüche. Dann bekam ich meine Waffe, ein paar Software-Updates und meine Dienstmarke ausgehändigt. Danach machte ich vorzeitig Feierabend, weil meine neue Partnerin als Zeugin bei einem Prozess aussagen musste und an diesem Tag nicht mehr ins Büro kommen würde. Und weil es sonst nichts mehr für mich zu tun gab. Ich ging nach Hause und klingte mich nicht in die Agora ein. Stattdessen schaute ich mir ein paar Filme an. Sie dürfen mich gerne einen Feigling nennen, wenn Sie möchten. Mein zweiter Arbeitstag begann mit mehr Blut, als ich erwartet hätte. Ich erkannte meine neue Partnerin, als ich zum Watergate Hotel hinüberging. Sie stand ein Stück vom Eingang zur Lobby entfernt und saugte an einer elektronischen Zigarette. Als ich näher kam, ergoß der Chip in ihrer Dienstmarke Daten zu ihrer Person in mein Blickfeld. Auf diese Weise informierte das FBI seine Agenten darüber, wer sich am Tatort befand. Hätte meine Partnerin ihre Brille getragen, hätte sie einen ähnlichen Sturzbach an Informationen zu meiner Person gesehen, während ich auf sie zukam. Andererseits war es recht wahrscheinlich, dass sie das gar nicht brauchte. Sie erkannte mich auch so. »Agent Shane«, sagte meine neue Partnerin zu mir und streckte die Hand aus. »Agent Van«, erwiderte ich und schüttelte ihre Hand. Dann wartete ich darauf, was als nächstes aus ihrem Mund kommen würde. Es ist immer wieder ein interessanter Test, was Leute tun, wenn sie mir begegnen. Sowohl hinsichtlich meiner Person, als auch der Tatsache, dass ich ein Hayden bin. Normalerweise kommentieren sie den einen oder anderen Punkt. Van sagte nichts weiter. Sie zog ihre Hand zurück und saugte wieder an ihrem Nikotinstäbchen. Na gut, also lag es an mir, das Gespräch in Gang zu bringen. Ich blickte mich zum Wagen um, neben dem wir standen. Das Dach war von einem kleinen Sofa eingedrückt worden. »Ist das unser Fall?«, fragte ich und deutete auf den Wagen und das Sofa. »Indirekt schon«, sagte sie. »Zeichnen Sie auf?« »Ich kann es tun, wenn Sie möchten«, antwortete ich. »Manchen Leuten ist es lieber, wenn ich es nicht tue.« »Ich möchte es«, sagte Van. »Sie sind im Dienst. Sie sollten alles aufzeichnen.« »Wie Sie meinen«, sagte ich und startete die Aufzeichnung. Dann ging ich einmal um den Wagen herum, um ihn aus jeder Perspektive aufzunehmen. Das Sicherheitsglas in den Fenstern war zersplittert und ein paar Körner waren herausgebrochen. Der Wagen hatte diplomatische Kennzeichen. Ich schaute mich um und in etwa drei Metern Entfernung stand ein Mann, der in sein Telefon brüllte. Das klang wie armenisch. Ich war in Versuchung, mir das Gebrüll übersetzen zu lassen. Van beobachtete mich dabei und sagte immer noch nichts. Als ich fertig war, blickte ich auf und erkannte ein Loch in der Fassade des Hotels im siebten Stock. »Ist das Sofa von dort gekommen?«, fragte ich. »Mit hoher Wahrscheinlichkeit.« Van nahm die Zigarette aus dem Mund und steckte sie in ihre Anzugjacken. »Gehen wir rauf?« »Ich hatte nur noch auf Sie gewartet.« »Tut mir leid«, sagte ich und schaute ein weiteres Mal nach oben. »War die Polizei schon dort?« Van nickte. »Die Meldung habe ich aus Ihrem Netz bekommen. Der mutmaßliche Täter ist ein Integrator, womit die Sache in unseren Zuständigkeitsbereich fällt.« »Haben Sie das der Polizei schon gesagt?«, fragte ich. »Ich hatte nur noch auf Sie gewartet«, wiederholte Van. »Tut mir leid«, sagte ich ein zweites Mal. Van deutete mit einer Kopfbewegung auf die Lobby. Wir gingen ins Hotel und fuhren mit dem Lift zum siebten Stock hinauf, aus dem das Sofa gekommen war. Van steckte sich ihre FBI-Dienstmarke ans Revier, ich schob meine in mein Brustdisplay. Als ich die Lifttür öffnete, stand eine uniformierte Polizistin im Korridor. Sie hob die Hand, als wollte sie uns am Aussteigen hindern. Wir beide zeigten auf unsere Marken. Sie verzog das Gesicht und ließ uns passieren, während sie etwas in ihr Handgerät flüsterte. Wir gingen auf das Zimmer zu, vor dessen Tür sich mehrere Polizisten drängten. Wir hatten etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt, als eine Frau den Kopf aus dem Zimmer streckte, sich umblickte und uns erspähte. Dann stapfte sie zu uns herüber. Ich warf einen Seitenblick zu Van, deren Gesicht ein verschmitztes Grinsen zeigte. »Detective Trin«, sagte Van, als die Frau auf uns zukam. »Nein«, antwortete Trin, »auf gar keinen Fall, das hat nichts mit Ihnen zu tun, Les.« »Auch ich freue mich, Sie wiederzusehen«, sagte Van, »und Sie täuschen sich. Der Tatverdächtige ist ein Integrator. Sie wissen, was das bedeutet.« »Alle Straftaten, die mit Personentransportern oder Integratoren in Zusammenhang stehen, fallen in die bundespolizeiliche Zuständigkeit«, zitierte ich aus dem FBI-Handbuch. Trin bedachte mich mit einem säuerlichen Blick. Dann ignorierte sie mich bewusst und wandte sich wieder an Van. Ich speicherte diese persönliche Interaktion, um später noch einmal darauf zurückzukommen. »Ich weiß nichts davon, dass mein Tatverdächtiger ein Integrator sein soll«, sagte sie zu Van. »Aber ich«, erklärte Van, »als ihr Mitarbeiter vom Tatort Meldung machte, gab er die ID des mutmaßlichen Täters durch. Es ist Nicholas Bell, und Bell ist ein Integrator. Er steht in ihrer Datenbank. Er pingte, sobald ihr Kollege ihm über den Weg lief. Ich drehte mich wieder zu Van um, als sie den Namen erwähnte, aber sie hielt den Blick unverwandt auf Trin gerichtet. »Nur weil er den gleichen Namen hat, muss er noch lange kein Integrator. sein«, stellte Trin fest. »Kommen Sie schon, Trin«, sagte Van. »Wollen wir uns wirklich vor den Kindern streiten?« Ich brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass Van damit mich und die uniformierten Polizisten meinte. »Sie wissen, dass Sie bei diesem Wettpissen verlieren werden. Lassen Sie uns rein, damit wir unsere Arbeit machen können. Wenn sich herausstellt, dass sich alle Beteiligten zum Tatzeitpunkt in DC aufhielten, übergeben wir Ihnen alles, was wir haben, und lassen Sie in Ruhe. Also, wollen wir jetzt nett und freundlich zueinander sein. Ich könnte auch unfreundlich werden. Sie erinnern sich, wie das enden kann.« Trin drehte sich um und stapfte ohne ein weiteres Wort ins Hotelzimmer zurück. »Mir fehlt hier einiges an Kontext,« bemerkte ich. »Sie haben ungefähr alles, was Sie brauchen,« sagte Van und setzte den Weg zum Hotelzimmer mit der Nummer 714 fort. Ich folgte ihr. Im Zimmer lag eine Leiche auf dem Boden, mit dem Gesicht im Teppich und durchschnittener Kehle. Der Teppich war mit Blut getränkt. Blutspritzer waren an den Wänden, auf dem Bett und auf dem noch vorhandenen Sessel. Die Fensterfront nahm die gesamte Wandbreite ein. Der Wind wehte durch das große Loch in der Scheibe, durch das das Sofa nach draußen gelangt war. Van betrachtete die Leiche. »Wissen wir schon, wer er ist?« »Keine Idee,« sagte Trin. »Wir arbeiten dran.« Van schaute sich um und suchte nach etwas. »Wo ist Nicholas Bell?«, wollte sie von Trin wissen. Trin lächelte dünn. »Auf der Wache. Der erste Polizist am Tatort konnte ihn überwältigen. Daraufhin brachten wir ihn weg, bevor sie hier eintrafen.« »Wer war der Polizist?«, fragte Van. »Timmons«, sagte Trin. »Er ist nicht mehr hier. Ich brauche seinen Feed von der Verhaftung.« »Ich weiß nicht.« »Sofort«, Trin«, sagte Van. »Sie kennen meine öffentliche Adresse. Geben Sie sie Timmons.« Trin wandte sich verärgert ab, aber sie zückte ihr Telefon und sprach Vögel wirklich, wenn ich den Akhirne scharde. »Timmons Sie die Infrodactiven«,